Wer hat schonmal wegen einem Screentuber gelacht? Wenn du gelacht hast, geh weg ohne Spaß! Ich hab Kinder im Keller! Alle, 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 alle! Kato, El Kato Typisch Trashy, Titte, typisch Trashy Kato, El Kato Typisch Trashy, Titte, typisch Trashy Moin, ich heiße Trashy und falls ihr mich noch nicht kennt Ich bin der Frosch, den man den besten Screentuber nennt Es fing ganz random an, aber dann, aber dann Sagt jeder auf ganz YouTube-Shorts, typisch Trashy Ich bin der Baddest, der Trashyste, mach nur alle vier Wochen nen Video Typisch Trashy, Titte, typisch Trashy Ich bin der Anführer, der Froschgang, ein Vorbild Typisch Trashy, Titte, typisch Trashy Was ist nachher lustig? Bin ich ein Wobbe hindert? Bin ich krall oder was? Dann lieben die noch immer Ja, ich brauch ein Stunden für meine Videos Wofür, was machst du da? Blockbuster oder was? Wow, ihr seht doch was gemeint! Weißt du, was sie mit mir gemacht hatten? Die hätten mich mit dem Kopf in eine Toilette gesteckt Die hätten mich mit dem Kopf in eine Toilette gesteckt In eine Toilette gesteckt Oh, 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 oh